Oh, noch mehr Dunkelheit. In diesem Gang ist das Stockfinstern. Noch mehr Geld. Dann kann ich mir hoffentlich endlich eine Verbesserung kaufen. Lass das Essen stehen. Oh, ist ein Bier kaputt. Sommerschlussverkauf bei Ikea, oder was? Ach nee, wir kriegen ja erst noch mal Winterschlussverkauf. So, Entschuldigung. Eee, spinn! Eee, eee, spinn! Ah! Oh, ii! Reicht das nicht, dass wir bei Diablo so gut geschlittert haben? Ja, aber da siehst du die leichter, da ist mehr Licht. Schlüssel! PAM! Erstmal voll vor die Säule. Platsch, Gesichtbrei. Spin! Warte auf mich. Wie macht man das? Ja. So. Ich hab auch gerne was zu essen. Ah, den nehm ich. Ja. Hier, schon mal zwei. Ein bisschen Gold. Ah, spinn von hinten. Erbt. Oh, Kopf ab, Kopf ab. Echter, ich hab das gesehen. Wo ist denn? Warte mal, komm mal runter. Ich bin hier unten. Okay, ist nix. Dann ranzig muss ich schnell weiter. Warum ist dein Schatten eigentlich rot und meiner blau? Das ist, äh, definitiv... echt möglich. Ah, scheiß Magier. Oh mein Gott. Okay, der Bagier ist tot. Essen ist hier oben. Geh mal oben links. Oben links ist Essen. Oben links ist gut. Ja, ja, sehr schön. Ja, roh, Schaunger. Ja, roh, Schaunger, yeah. Warte mal, ist unten noch was gewesen? Okay. Ich kann mich sagen, oben links hatte ich ein Handschill. Spinne? Wie, Spinne? Geld? Geld? Schon durch? Okay. Das war schnell. Ja, das war sehr schnell. Sehr schnell. Ungewöhnlich. Ja. Da gebe ich dir recht. Du hast es freigeschaltet. Jetzt muss ich noch mal 3000... Weil mir fehlen jetzt noch 479 Punkte. Ja, dann kriege ich Valhallas Erbel in Silber. Bei Gesundheit unter 30% ist sämtliche Erleitner Schaden um 65% reduziert. Deswegen dann auch meine Flügelchen. Ui! Ui! Cheater. Ja, wobei, die Barbar mit Flügel. Das sieht ein bisschen schwul aus. Warum kriegen die kein Damage da durch? Das ist voll mies. Normalerweise hätten die da durchrennen müssen und sterben müssen. Hier ist Essen. Nimm dir das Essen. Geh an die Seite und hol dir was zu essen. Ich hätte eigentlich bloß die Kiste aufschlagen. Oh, Vorsicht, hier ist so ein fetter Schläger. Alright. So. Hat er gerade gesagt, vielleicht bist du eines Tages so gut wie ich? Ja, ja. Finde ich gut. Okay, wir haben neun Dings, neun Stein unten. Geh mal da hin. Ja, ja, wir machen ja schon hin und zerschmettern den Beschwörungsstein. Hier ist noch Essen, ich hab's dir freigeschlagen. Und dann kümmere dich, okay, der Magier hat sich gerade selbst ausgescheitzt. Der Trottel. Huh, was war das denn? War das ein Lekupan? Ja. Oben ist ein neuer Stein. Sehr schön, bleibt schön da drin stehen, dann seid ihr tot. Ich hab' ihn totgemacht. Ich hab' ihn totgemacht. Ich hab' ihn totgemacht. Ist dir noch irgendwas, oder hast du alles aufgemacht? Aufgemacht. Alles aufgemacht, und wir haben's geschafft. Jetzt laufen wir auch nicht in die Klingen rein. Die Wahlkirche braucht dringend Nahrung. Ja, ich brauch' dringend Nahrung. So, ich mach' noch die drei Kisten hier tot. Mach' Kisten tot. Du machst' Kisten tot. Okay. Kapitelboni! Ich hab' meinen Bonus bekommen. Hä? Mal gewonnen. Alter, es ging... 15 Minuten trotzdem gebraucht. Also wenn ich daran denke, an die ersten vier Krypten, da ist die Krypte hier relativ easy gewesen. Ja. Schließe ohne Tod unter Neustart Kapitel 1, 2 oder 3 der Höhlen auf Normal ab. Aha, Bewegungsgeschwindigkeit ist um 6 gesteigert. Okay. Interessant. Ja, bei mir um 8 Prozent gesteigert. Äh, um 6 Prozent gesteigert. Deswegen grenzt doch immer vor, als würde's um dein Leben gehen. Als hätte ich grad vor, hier deinen komischen Eierschutz zu grapschen. Komm'on, Horst! Horst! Mach' mal hin! Horst! 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 Horst ist nicht da! Was? Warum? Wo ist Horst? Du hast mir versprochen, du bist da bitte dabei! Horst hab' ich verbrannt und Schnitzel draus gemacht. Was? Alter, was? 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 Schocknachricht! So. Nee, das will ich gar nicht. Was war denn das hier eigentlich? Was? Schocknachricht! Ähm, 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 ähm. So. Äh, X aufwerten. Muss ich allen Ernstes gucken, wo X ist. Wo X ist. X ist immer noch die linke Taste. So! Jetzt hab' ich den Kristall-Explosions-Radius auch noch erhöht. Das heißt, es macht ein bisschen mehr Boom. Ja. Beichte. So, weiter geht's! Hui, jetzt nochmal ins lila Licht! Juhu! Platsch! Ins florisierende Licht. Hätten wir uns jetzt mit speziellem Nagellack angepinselt, würden wir leuchten im Dunkeln. Beideide unter Schwarzlicht. Aufmerksamkeit! Und ja, natürlich! Da geht's ja jetzt las' Licht! dann geht's ja zum nächsten Mal!